hallo und herzlich willkommen hier zurück bei ja es gab ja sehr 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 lange keine folge ich werde jetzt auch euch euch auch direkt sagen wieso bei dem warrior geht es dem nicht mehr weiß ja warum und das ist halt der grund weswegen ich jetzt hier alleine bin und ja ja und deswegen bin ich über alleine diesmal ganz alleine okay auf jeden fall ich bin mal wieder zurück und ja ich habe keine ahnung wie lange ich dieses spiel nicht mehr gespielt habe vielleicht mal zwischendurch so eine runde normal aber ich weiß gar nicht weil ich also habe bereits freigeschaltet also kann verkaufen aus der Asche wird sie sich setzt fort ja in der feuer noch was feilen wenn es aufgemacht ist muss zwischen was wahrscheinlich aufgeladen was ist jetzt mal mein jetziges sehe ich das ach da okay na komm das wird auch verkauft gut bleibt aber ich weiß gar nichts mehr eigentlich so richtig heal okay ja hier ist so ein bisschen auch der skill für allein spiel für mich sozusagen das regiert versuchte hier fehlen das war ich doch dann habe ich das auch wieder da habe ich die schrottflinte habe ich meinen raketenwerfer das war das war meine feuerwaffe genau stimmt da war ja was da ist dann die slackwaffe okay gut 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 ja wie gesagt ich war extremst lange nicht mehr da und ich mache mal kurz den hier so gut 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 es ist bewusst dass wir zoologen alle geschöpfe der nahrer hatten sollten aber mal ehrlich ähm also hier so was halt hier genau bekommen warum habe ich überhaupt so eine pistole das habe ich gerade bekommen naja war ich auch nicht was hallo und herzlich willkommen hier zurück bei bollens bei ähm ähm ja es gab ja sehr 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 lange keine folge gut ähm ich werde jetzt auch euch euch auch direkt sagen wieso äh 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 und da habe ich mir einfach mal so gedacht und deswegen ja das bin ich immer alleine diesmal es war scheiße aber ja irgendeiner muss es ja mal machen und deswegen oh 2000 okay ich lasse es mal so so und deswegen bin ich hier auf jeden fall ich bin mal wieder zurück und ja äh ich habe keine ahnung wie lange ich dieses vergangene zeitspielt habe äh vielleicht mal zwischendurch so eine runde normal diese aufnahme-session beinhaltet jetzt euch was gar nicht aber ich habe äh äh zwischen zwei gescheitert also kann man verkaufen irgendwie sowas mal in den dreh glaube ich wirklich machen oh Serge wird's wird sie sich ähm setzt fort ja an der feuer noch was falsch und wenn es aufbraucht ist ja da muss zwischen noch was wahrscheinlich aufgeland sein äh äh jetzt mal äh äh will ich dann eigentlich auch das nicht so machen ja das sollte eigentlich gar kein Problem sein boah ich muss erst mal wieder reinkommen ich will immer öfter ja komm das wird auch verkauft so ja okay da kommen wir noch ein bisschen gut ähm ja safe was war denn alles noch äh boah ich muss gar nichts mehr eigentlich so richtig ah ja da war ein irgendwelches spitzen waffen heal okay ja hier ist so ein bisschen noch der skill ah ja diese verflugende spiel boah die hab ich so zu sagen ja keine ahnung ob wir bekommen klassenwort das ist für alles für feuerschaden das regiert versuchte ja hier fehlen äh komm das mach ich doch so gut dann habe ich das auch wieder ja wie ist der wat was hab ich denn da hab ich die schrottflinte da hab ich meinen raketenwerfer das war meine feuerwaffe genau stimmt da war ja wat ähm da ist dann die slackwaffe okay okay ich muss noch mal kurz was machen ja gut 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 ähm weil ich ja jetzt alleine erstmal spielen werde ein bisschen wie gesagt ich war er war erst so lange nicht mehr da und äh was ich mach mal kurz den hier so äh okay gut also schneider ja 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 ähm also was hab ich denn hier grad noch bekommen holy crap warum hab ich überhaupt so ne pistole das hab ich auch ach so die muss man sich kaufen ne rolle ja macht Sinn okay ja okay da ist man schon mal mehr ach komm spiel ich ja mehr für 4000 also gibt es immer nur noch diese alten ah leider pech ja gut ähm ich hab ja wir sind alle die du siehst mal ja äh ne wo waren wir denn überhaupt Sanctuary da naja okay ja gut dann ja ich auch mal schauen wie ist das alles hier weitergeht äh ich hätte einfach mal wieder braucht dieses Spiel und was nicht ne einkaufen und da hab ich mir einfach mal so gedacht ja okay das mit dem bei ihm ist zwar scheiße aber ja irgendeiner muss es ja mal machen und deswegen erstmal hier mit so irgend so ist ja scheiße so 2000 und deswegen bin ich hier auch wieder leider aber alleine achso erhütte das wärs doch eigentlich alles erstmal so für die letzten vergangenen Zeit gewesen äh diese Aufnahme Session beinhaltet jetzt nur eine Folge sprich zwischen 20 und 25 Minuten irgendwie sowas nur in den Dreh glaube ich wirklich machen feuerraute ja feuerraute auf jeden Fall da drin ist gut und ja das wärs dann eigentlich auch alles mehr will ich dann eigentlich auch nicht so machen äh ja das ist gut ja das sollte eigentlich gar kein Problem sein boah ich muss erstmal wieder heinkaufen für das echtes Leben das ist ja nicht cool aber so ja okay da kommen wir noch nicht hin so ja save was war denn alles in unserem save ahja da waren irgendwelche speziellen Waffen ich weiß oder auch solche Dahlwaffen oder ahja diese verflucht ist das ja boah die hat man ja keine Ahnung bekommen Klassenwort das ist für alles für Feuerschaden okay das nehmen wir auch nochmal voll mit das auch noch so gut so sind wir jetzt erstmal etwas ausgerüstet äh genau achja 200 so gut 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 ja dann würde ich jetzt nochmal sagen herzlich willkommen zurück so bei dem let's play ich weiß nicht wann wenn der Warware wiederkommt oder beziehungsweise jemand anderes wiederkommt und mit mir spielt aber wir werden erstmal gucken erstmal alleine wieder äh weil ich ja jetzt alleine erstmal spielen werde ein bisschen hier war das oder da kann ich auch erstmal gucken was gibt es denn noch so äh okay Halserschneider warte holy crap holy crap ach so die muss man sich kaufen ja macht Sinn okay ja okay da ist man schon mehr also gibt es immer nur noch diese alten die die weis wo die das ist das ist das ist das ist Ja, ich muss erst noch mal so ein bisschen durchschnurr fragen, was es alles noch mal gab und was nicht. Ja, ich kann ja erstmal hier mit so irgendeinen selbstrechtscheiß gehabt, so ja, auf jeden Fall zurück machen. K. So, erstmal Facelock. 영h.. Nahkampf.. Achso er erhöht den kritischen Trefferschaden und Nahkampf Schaden Feuerraute... Ja Feuerraute auf jeden fall da drin ist gut das ist auch gewesen so na ja das ist gut ja okay dann brauche ich das dann auch ich bin der feuer phoenix was willst du okay das nehmen wir auch noch mal voll mit das auch noch so gut so sind wir jetzt mal etwas wieder dabei genau wir müssen daher zu holen und werde jetzt mal hier ein bisschen aus gut kalt damit ich mal jetzt noch mal falls ich zurzeit habe bei dem werde ich auch ich weiß nicht wann der woanders wieder kommt und mit mir spielt aber wir werden erst mal gucken erst mal alleine wieder wird es aber dann in meiner auflösung sein also wundert euch da nicht warum die rände dann so ganz komisch sind oder nicht denken dass das ja dass ich so vor dem loop hin und ich weiß wie man richtig wo ändert das ist dann so weil ja ich will meine meine ersten eindruck von dem spiel haben euch vielleicht etwas zeigen und ja deswegen kann man noch mal okay so könnte man den platz wechseln auch nicht schlecht okay das war driften wie konnte man das doch mal machen ja ich weiß es wirklich nicht mehr na werde ich mal gucken ㅎㅎ gut 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 ach wer weiß ich glaube ich werde ich werde trotzdem mal die musik wieder einschlagen Klar, hab ich eine Feuerwaffe. So, auf die Musik hab ich noch mal reingemacht, falls ich da mal nicht reden sollte, dass ihr dann auch mal noch was zu hören bekommt, sozusagen. Gut, ja, an dieses Spielzehn ändere ich mich hier noch gut. Man drückt da drauf. Und dann geht man ganz schnell weg. Gut, das war doch gut. Das ist der Sniper aus dem ersten Teil. Ja, okay. Dann... ... geh ich mal da hin. Genau, Mordecai. Unser bester Punkt, äh, Bloodwing. Weltkarte irgendwie? Oder... Okay. Gut. Okay, anscheinend nicht. Hallo, ich bin der Feuerphönix. Was willst du? Ja. Gut. Seit langer Zeit bin ich sozusagen mal wieder dabei. Und werde jetzt mal hier ein bisschen aufwachen. Falls, äh, beziehungsweise... Ja doch, falls ich die Zeit habe oder mir nehme, werde ich auch jedes einzelne DLC let's playen. Oder zumindest ein Gameplay drüber machen. Okay. Ähm, dieses... Falls es nur ein Gameplay wird, wird das aber dann in meiner Auflösung sein. Also wundert euch dann nicht, warum die Rände dann so ganz komisch sind. Oder... Gut. Ich denke, dass ihr das ja... Dass ich so... Voll den Noob bin. Und ich weiß, wie man richtig rendert. Das ist dann... So, weil... Ja, das hab ich ja schon entdeckt. Ja, ich will meine... Meine ersten Eindruck von dem Spiel haben. Euch vielleicht etwas zeigen, würde ich noch sagen. Und ja, deswegen... Ähm... Okay, das war das, wo es... Äh, wie konnten wir nochmal... Hilf der Werte? So konnte man den Platz wechseln. Auch nicht schlecht. Was hab ich überhaupt für Granaten? Feuergranaten sind gut. Äh... Ah, gut. Ist das hier... Okay, das war Tour 4. Ja! Wie konnte man das nochmal machen? Ähm... Ja... Hm... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm... Na dann... Na... Werde ich mal gucken. Tun 3 Express. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde... Ich werde trotzdem mal... Musik... Ja! Hi! Klar... Hab ich eine Feuerwaffe! So... Auf die Musik habe ich nochmal reingemacht. Falls ich da mal nicht reden sollte... Dass ihr dann auch mal... Ja, noch was zu hören bekommt, sozusagen. So... Gut... Ja... An diesem Spiel zu Ende... Ich mich hier noch... Gut... Man... Drückt da drauf... Und dann geht man ganz schnell weg. Gut... Das war doch genau... Iridium... Das war... Da hat man auf dem Schwarzmarkt... Das ist der... Das ist der... Sniper aus dem ersten Teil... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß... Genau... Morikai... Unserer... Bester Freund... Bloodwink... Schön, schön... Gut... Ähm... Ja... Ach... Das ist doch schon jemand... Gut... Ich... Ich... Ich mag euch auch... Ich hab mir die irgendwie schwerer vorgestellt... So... Bad... Badass-Rang... Was... Genau... Hier... Der Badass-Rang... Was kann ich denn noch mal machen? Ich muss hier eine Sache machen... Schusstrefferheit... Schildkapazität... Rückschuss-Tempo... Ähm... Schuss... Okay... Okay... Ja... Ich hab noch so einen Key... Okay... Gut... Weiter geht's erstmal kurz noch... Ich glaube... Diese Quest mache ich hier noch zu Ende... Beziehungsweise halt... Diese zwei Kaboma-Booms... Holen... Und ich glaub dann... Könnte ich eigentlich auch mal wieder... Gut... Gut... Ja... Was hab ich über das Schwanai... Irgendwas für drei... Feuergranaten sind gut... Na gut... Ist das hier eine Mine? Okay... Ja... Ich hab jetzt gedacht, dass sie hier alle angerannt werden... Jetzt ist nicht so viel Dämpfer... Das tun wir sie irgendwie nicht... Gut... Gut... Na dann... Ja... Hi... Oh... Ein Juggernaut... Dann slangen wir den erstmal voll... Okay... 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 Alles easy... Alles easy... Okay... Äh... Wie man glaub ich... Gut gesehen hat... Ich muss da erstmal wieder... Reingekommen... Genau... Iridium... Das war... Das war... Was man auf dem schwarzen Markt... Machen konnte... Schön schön... What the fuck? Gut... Ähm... Was ist das denn? Okay... Es könnte doch... Etwas schwieriger... Werden... Als vermutet... Ich... Ich... Mag euch auch... Scheiß... Die Wand an... Okay... Das war jetzt etwas härter als... Ich hab die irgendwie schwerer vorgestellt... Den müssen wir bezahlen... 12.000... Ja... Das geht eigentlich... Da oben ist er glaub ich, oder? So... Bad... Bad... Badass Rang... Das hat auch... Auch noch irgendwas... Genau... Hier... Der Badass Rang... So... Ich kann eine Sache machen... Schusstrefferheit... Schildkapazität... Rückschussdämpfung... Gut... Ähm... So... Schuss... Noch bis zur Resistenz... Okay... Ja... Ich hab noch so einen Key... Okay... Gut... Weiter geht's erstmal kurz noch... Ich glaube... Diese Quest mache ich hier noch zu Ende... Beziehungsweise halt... Diese zwei Karboma Bums... Holen... Und ich glaub dann... Könnt ich eigentlich auch mal wieder... Gut... Kurz die Session... Enden... Und zu gucken... Ob alles halt richtig eingestellt ist... Bin ich überhaupt richtig? Ja... Nicht, dass für längere Sessions dann auf einmal... Dann auf einmal... Aber das tun sie irgendwie nicht... Vorher waren die doch immer damit tot... glaub ich... oder? 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 Ähm... Alter... voll das soll jetzt echt nicht wahr sein wir sind jetzt schon ein paar ok ok alles easy, alles easy ok wie man glaube ich gut gesehen hat, ich musste erstmal wieder reingekommen gut, gut, gut what the fuck was ist das denn? ok, es könnte doch etwas schwieriger werden als vermutet scheiß die wand an ok das war jetzt etwas härter als gedacht wie viel müssen wir bezahlen? 12.000, ja das geht eigentlich nicht so 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 ne ja ha gut, gut, gut gut ok, ok, ok ok, leute, leute, leute wisst ihr was? so ich glaube noch bis zur rest ok, ich sag jetzt erstmal ich sag einfach mal ja, das war's nochmal für heute ich guck mal wie die Aufnahme so geworden ist und da gibt's nochmal wieder längere Sessions und ja dann sag ich mal haut da rein und bis zum nächsten Mal wer es wieder heißt boah, der letztes Mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020